Ich lasse mal eine Theorie, dass der menschliche Verstand wie Pfauenfedern ist. Nichts als Imponiergehabe, um einen Partner anzulocken. Kunst, Literatur, ein Stück von Mozart, William Shakespeare, Michelangelo und das Empire State Building. Nur ein ausgefallenes Paarungsritual. Vielleicht ist es unwichtig, dass wir so viel erreicht haben, aus einem Grundbedürfnis heraus. Aber natürlich kann der Pfau kaum richtig fliegen, lebt auf der Erde, pickt Insekten aus dem Matsch, tröstet sich mit seiner großen Schönheit.